Lothar Welz aus der Havelstadt ist jetzt ein glücklicher Hausbesitzer. Im Keller seines Hauses wurden von der Firma Haustechnik aus Brandenburg-Havel zwei moderne, energiesparende Wandheizgeräte mit Brennwertechnik installiert. Seiner alten, energiefressenden Ölheizung trauert er nicht nach. Wenn Sie die Ölpreise vergleichen, die wir im Moment haben, so haben wir vielleicht im letzten Jahr etwa 40 bis 50 Prozent höhere Preise gegenüber dem Vorjahr. Und das ist kaum noch zu stemmen. Die neue Anlage schont die Umwelt und vor allem das Portemonnaie von Lothar Welz. Nach den Ablesungen, die wir monatlich machen, schätzen wir ein, dass wir mit dieser Anlage circa 20 Prozent an verbrauchter Energie einsparen werden. Die Firma Haustechnik hat sich um alles gekümmert. Geräte, Montage und Beratung. In nur drei Tagen wurde die Heizungsanlage auf Gas umgerüstet. Wir stellen hier nur diese Werte ein, die der Brenner selber braucht. Alles andere wird dann von oben nachher getätigt. Raumtemperatur oder Heizkurve oder Heizzeiten brauchen wir hier nicht mehr. Die Firma Haustechnik, die sich ganz zentral in Brandenburg am Bermuda-Dreieck in der Potsdamer Straße 3 bis 5 befindet, ist spezialisiert auf die neuen energiesparenden Heizungsanlagen. In ihrem Schauraum kann sich der Kunde täglich von 10 bis 17 Uhr beraten lassen. Zusätzlich gibt es am 16. Februar noch einen ganz speziellen Infotag. Ganz besonders am 16.02. haben wir so einen Infotag, wo wir dem Kunden die Möglichkeit bieten, sich die Geräte noch mal etwas intensiver anzuschauen. Wir bieten die Möglichkeit, an diesem Tag auch eine Energieberatung durchzuführen für die eigene Immobilie und ergänzend werden noch zwei Fachvorträge um 16 und um 18.30 Uhr stattfinden. Am 16. Februar werden sie auch über die Fördermöglichkeiten beraten. Und vielleicht sparen auch sie bald richtig Energie, wie der zufriedene Hausbesitzer Lothar Wels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017